Alter, das gibt's doch gar nicht, der Fixer! Nehm mir die Mikro-Uzzi, wo ist da keiner? Ey, das kann doch nicht sein, ey, der Typ, der kotzt mich so an! Wer ist denn, ah, wer ist das denn? Dieser perfekte Waldförster-Ficker, ey! Meinst du, weil sein Bett durchgebrochen ist, oder was? Breaking Bett? In der letzten Pfingstelle! In der letzten Pfingstelle! Boah, war der schön! Das ist das romantische Haus, wo ich in der letzten Folge... Ach, wo du Tobi in Jungfurt hast! Ja... Also nicht Tobi, aber Tobis Charakter, die Chantal! Also Tobi, tut mir leid, Tobi... Hast du seinen Charakter zerstört! Hey, da ist der Playmessive! So, kommt mal hier drauf, Jungs! Kommt mal hier drauf! Da Chantal! Da versucht der Playmessive, die Treppe hochzugehen! Wo komm ich denn hier hoch? Ich bin außen hochgeschwommen! Wir kommen da grad zum Treppchen hoch! Pass auf, dass Ameisen nicht da ist wieder! Nene, der ist nicht da! Guck mal, der macht ein Selfie von sich oben auf den Wagen, Alter! Wie geil das zusammen! Der Schweign hat bestimmt grad seine Mutter! Alter, was ist denn hier los?! Ja, spring hier drauf! Warte, ich probier das! Geil! Das hat geklappt! Ameisen wirft wieder Bomben, irgendwo! Wo ist der Playmessive? Ich hänge fest! Ich hänge sehr fest! Weit ihr denn... Seid ihr alle oben drauf? Neu- Ja- Ja- Ja. Also, ne Walle, Walle, Walle fehlt noch! 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 Oh nein Ich glaube, das war der Bilbo aus Versehen Wer ist das da? Ameisen, da kommen wieder Ameisen Vorsicht, der Ameisen, er wird besprachlich in eine Bombe Guck mal unten auf dem Radar, wie sich das Icon immer bewegt Siehst du das? Hey, das ist so eine behinderte Stelle einfach jetzt hier Der Ameisen schnappt sich gerade eine Kanne Ich bin nicht in der Dings nah Alter, ich kriege einen Affen Sehr schön Was? Bist du oben? Nö Ich? So Geh mal ganz kurz gucken Hä, wieso kann ich jetzt keine Passivmodus? Achso, das dauert immer ein bisschen Der kann auch nicht seitwärts anspringen, oder was? Geh mal ganz kurz gucken, was der macht Tobi, komm mal zurück, Tobi, mit dem Ich will jemanden umfahren Ja, ich hab's geschafft Alter Und jetzt komme ich hier unten hoffentlich wieder Endlich, sorry, Freunde Pass auf die Was hast du denn da gemacht? Ich war eigentlich auf so einem Face Achtung, Achtung, Eric, Ameise von hinten Ameise von hinten Ja, also Alter, das gibt's doch gar nicht Der Fixer Neh mir die Mikro-Uzzi Wo ist denn einer? Ey, das kann doch nicht sein Ey, der Typ, der kotzt mich so an Wer ist denn, wer ist das denn? Dieser perfekte Waldförster-Ficker, ey Boah, ne, dieser Ameisen-Hurensohn Ich wollte schon immer mal sagen So, jetzt hab ich's gesagt Ey, der arme Ameisen, Alter Ne, Alter, der ist nicht arm Das ist ein Spastiker Wo ist der Ameisen? Der ist beidseitig gehirngelebt Wo ist der denn? Wo ist der denn? Warte mal Der schleicht sich immer von hinten an Wie so eine kleine Crack-Hure Das ist ein Traum, Alter Ey Der hört sich aufrechnen Ich mag den nicht So, einer fehlt noch So, ich muss jetzt wieder Ach guck mal, der Serrat war jetzt bei uns hinten im Wagen drin Ja Geil Ja, Alter, ich hab's euch gesagt Ich hab's euch gesagt Oh, no Wo ist denn die Ame? Alter, der ist da bei dem Wohnwagen, wo wir gerade waren Kubinators gestorben Und vor allen Dingen, wie kann ich den markieren mal? Ey, so einen Einzeltypen auszumachen ist ja echt schwierig Hallo, Hallo Den musst du hervorheben Nimmst du mich mit? Wie kann ich, wie kann ich denn Oh mein Gott Wie geil Wie geil der weggenutzt wurde, ey Wie geil das aussah So, nimmst du mich mit? Wie kann ich den denn hervorheben? Welche Markierung hat denn der jetzt? Ne, ist überhaupt nicht gemein, Alter Ganz ehrlich, der Typ ist einfach eine Seuche Das hat seine Mutter mir auch schon bestätigt Soll ich den mal schnell in unseren Gilder einladen? Weiltraut Ey, wie kann ich den denn anladen? Hä, das ist doch beschissen Ne, glaub ich nicht Ne, Tobi, du bist ja auch immer angezeigt Ja, aber wir Freunde sind Das muss doch möglich sein, hier jemanden so lange wegzukillen, bis der GTA Online aufhört Das ist doch einfach ein gutes Recht Wir könnten doch einfach auf Rauswurf klicken Nein, was doof Warte mal, ich glaub, er kommt wieder, Leute, ich glaub, er kommt wieder Das macht doch mehr Spaß, wenn wir jetzt killen So, sorry, Leute, ich bin jetzt auch mal wieder unterwegs Sorry, war voll die schlöselige Nummer gerade Tobis war ja komischerweise blau, nicht rot Alter, was ist denn hier los? Habt ihr kein Zuhause? Ja, der guck, Tobis ist blau, Alter, weil der im Spiel gesoffen hat Alter, EGS EGS hat mich umgebracht Was war das denn jetzt? Was geht denn mit dem EGS-Metal? Der ist doch sonst nett eigentlich Was ist denn mit den Leuten los? Warum heißt das nicht? Wo sind denn die, wo ist die? Ach komm Wisst ihr was, komm wir hauen mal ab zur Stadt jetzt Steig mal Aua Steig mal hier ein, Tobi, komm Wir hauen mal ab jetzt Alter, irgendwie werde ich angegriffen Ich weiß nicht von wem Was? Meine aktuelle Waffe hat kaum noch Munition Ich kotze ins Essen Tobi, komm mal hier rein Wo denn? Ich weiß nicht, wo du bist In den Weißen, hier, hier, neben dir Achter Alter, Ameisen, woher kam der? Ja, Alter, der Typ ist so ein Sneaker-Wichser Ey, ich hab den nicht gerichtet Wo seid ihr denn bitte? Ah gut, ey, der hat auch noch ein Gut, muss ich sagen Wie ein Gut? Der hat gar nichts mehr Gut Im Leben Also Ich hab ihn dreimal gekillt, nämlich zweimal Der schleicht sich, der schleicht sich aber immer so an Wieso steht der Typ auf der Straße? Der hat irgendeine Sniper oder was auch immer Eine gute Wumme auf jeden Fall Ich hab eigentlich auch ne nette Wumme Aber leider kaum noch Munition dafür Dungs, wo seid ihr denn wieder unterwegs? Ich wollte euch abholen Da, wo du nicht bist Bitte was? Huch Alter, mach den Scheppel Nee, Spaß Ist okay? Ist das okay? Alter, träg dich mal ab, ja Nee, wenn du Krieg haben willst, komm her Alter, du kleiner Ficker, du bist voll der Krackbohnen, ja? Ja, nach Hause Du bist voll wie die Ameise Geh nach Hause Geh nach Hause Geh nach Hause Alter Ey, ich glaub, ich spiele da Quake Ey, ich komm hier nicht mehr weg, Tobi Wo ist der Weißen, wer ist denn da hier? Ich werd gern mit reinsteigen, aber da kamen so viele Polizisten Komm rein, komm rein, sein Mann komm rein, ja Ach schön Der rückt sogar zur Seite Ich steig zurück Oh, jetzt hab ich die Kops am Arsch Was hier los ist? Da müssen wir bei einem unserem Ah nee, der ist ausgestiegen Cool Ah nee, der ist drinnen noch Hier, der Kopp ist auch ausgestiegen Was holen wir den Gregor noch, Leute? Ja, den holen wir noch ab, klar Ja, ich hätt auch zu euch kommen können Auf der anderen Seite Sehr schön, auf der anderen Methode Gefädigung Huch Ah nein Ich wollt mal einfach einen Backflip machen Alter, wie cool der Typ Komm schnell, schnell, da schieß jemand Ja, ja, ich weiß Bestimmt wieder Ameisen Fahr einfach Ach, sind die Böden Der Tobi ist doch im Leben hier Ja, ja, ich dachte, ich hab noch ein ganz kleines Stück im Leben Ja, wo ist der am Tunnel? Ja, Alter, es geht Nein Es kann doch nicht wahr sein Oh, Mann Okay, wir bleiben mal hier stehen kurz Ja, Alter, es funktioniert Meinst, die finden uns hier nicht? Die haben uns reinfahren sehen Doch, den Tunnel haben wir schon erwischt Ja, und da wurden wir auch erwischt Ja, und da wurden wir auch erwischt Das war bei GTA 5, glaub ich, ne? In unserem Normalnetz Ne, das war auch in Online Das war auch in Online, genau Ich weiß es schon gar nicht mehr Zu vertauschen Doch Oh, das wird nichts Ich glaub, wir sollen aussteigen Nein, nein, gib nicht auf Ich steigere, glaub ich, besser aus Ich auch, ich bin mal raus Ich auch Okay, Jun Wow Alter, von den Hügel runter Auf Oh, hier kommt der Heddy wieder mit dem Auto Rein hier Oh nein, wir rollen Scheiße, Alter Jetzt steig doch einfach ein, Mann Was ist denn hier los? Jetzt sind wir drin Okay Ja, Mann Fahr Gebt gar nicht, Tobi Nein, ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Walle wurde erschossen Tobi auch, Alter Wir sind hier noch im Wagen Wer fährt eigentlich? Ich weiß das nicht Tobi Du bist doch gefahren Tobi ist tot Wir müssen laufen Lauf Ich komm zu euch Renn um dein Leben, Alter Renn um dein Leben Ich fahr Renn um dein Leben Und dann rennt in den Wald rein Ich will aber nicht mit euch in Verbindung gesetzt werden Nee, da ist Currywurst Der versteckt sich Ich muss weiterlaufen Wow, Heidetraut Vorsicht Ach komm, wir springen einfach wieder rein Der Kronik rennt einfach draußen lang Renn rein, Jungs, kommt rein hier Okay, ich bin drin Äh, als ob das so gut ist 616, Alter, steig ein Was machst du denn da? Alter, ich komm nicht rein Jetzt bist du drin, okay Ist der Tobi auch rein? Tobi, Tobi, schnell, Tobi Ich kann da nicht einsteigen Ich komm da nicht rein Die Tür, Alter, die Tür Wie willst du die aufkriegen? Fahr, Fahr, Tobi Fahr Jetzt fahr zu Ich versuch es Fahr zurück, Alter, zurück Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Wir packens, Leute Wir packens Keine Sorge Alter, wir haben sau Hilfe bekommen Von den lieben Freunden Die hier mit uns unterwegs sind Alter, woher fährst du denn? Wohin? Quer fällt ein Wir haben sau Hilfe bekommen Wir haben sau Hilfe bekommen Erstmal den Selbstmord fahren Der Polizist Okay, das klappt ja super So, jetzt aber, komm Jetzt, jetzt Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee Bleib mal alle easy hier Alle drin bleiben Ah, du willst in den Tunnel fahren? Wo der Zug gleich kommt? Da ist der Zug übrigens schon Genau, fahr jetzt, fahr jetzt Jetzt auf den Zug springen Genau, wir flüchten auf dem Zug mit dem Auto Boah, wie geil Das ist die beste Idee Okay, warte Das kann man theoretisch machen, wenn man da vor der Brücke springt Alter Oh, oh Nee, komm, lass erstmal Das ist echt Nee, komm, fahr rein Rein da, in den Tunnel Fahr rein, wenn wir sterben dann alle gemeinsam Werd' ja nass hier Ey, das ist Currywurst Du kannst die Currywurst erfahren Ach, Entschuldigung Heideltraut Mann, Alter Entschuldigung, Currywurst Nein, da ist ein Zug Ist doch egal, komm, wir stellen uns auf die Gleise Komm, wir stellen uns auf die Gleise Boah Okay, ich bin ganz ruhig Stell dich mal mit der Karre auf die Gleise, komm Mach es, Junge Steig mal aus, steig mal aus Nee, mit der Karre auf die Gleise stellen Stell dich mit der Karre auf die Gleise Ja, ich mach das Ich wollte alle, dass wir alle auf den Zug springen Oh ja, ist okay Jetzt einfach hinstellen Ich bleib hier einfach sitzen im Wagen Also ausnahmsweise Der Zug kommt Der Zug kommt Geht zur Seite Geht zur Seite Die flachen Anhänger Die flachen Anhänger Ich betone es doch mal Oh mein Gott Das wird so schief gehen Das wird so schief gehen Das wird so schief gehen Alter, das wird so schief gehen Ich hab gar keine Worte, wie das schief gehen wird Oh mein Gott Alter, wer fährt das Auto auf die Gleise? Oh mein Gott Currywurst, tu es nicht Ein Traum Die Perspektive ist ein Traum Oh 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 nein Oh nein Scheiße Scheiße Geil Hey Currywurst hat Playmesse verledigt Stand da gerade Alter, ich bin von dem anderen Auto mitgerissen worden Das hat mein Auto umgenockt Und dann war es ein Traum Keiner ist auf den Zug gekommen Wo bin ich denn da? Was macht ihr so? Wir probieren, um Füge zu spielen Hey, das ist Currywurst Da ist Ameisen 23 Ein Tipp, die sind überall Cops Ich will lieber nicht schießen Oh, ich hab beinah Currywurst abgeballert Du hast den abgeballert Oh Ne, Ameisen hab ich erledigt Currywurst hab ich aber auch beinah abgeballert Hä, wer hat mich denn jetzt erledigt? Ein Bulle? Oh warte, hier haste ein Bulle Ich hab grad einen Bullen erledigt Und drei Sterne Ich hab noch einen Bullen erledigt Ich hab noch einen Bullen erledigt Scheiß Bullen Ingame natürlich nur Ich fahr jetzt mit Currywurst Der bringt mich in Sicherheit Ich habe höchsten Respekt vor der Polizei So lange es nicht in GTA ist Ich kann nicht... Ich konnte nicht in die Karre steigen Ah, es hat zum Kotz geklappt Fickter Scheißdreck 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 Hey, da ist ein Motocross Oder was ist das? Ah, die Schnauze Was? Deine Fresse, du Du scheißverstücktes Schweiß Du wolltest Fickfehler sagen Ich kenn dich so gut Ja, Fickfehler hast du behindert eigentlich Wer schießt jetzt auf mich? Ameisen, ey Bist du weggeballert worden? Schon wieder Ameisen Ich auch Wo wir grad von Fickfehler sprechen Ja, echt, ey Dessen Mutter, ganz ehrlich Der kam noch hinten raus Den knüpfen wir uns jetzt nochmal vor Zum Abschluss der Folge Ganz ehrlich, der Ameisen Den hab ich gefressen einfach Echt? Frisst du Ameisen? Du bist so ein Ameisenbär? Yeah Seid ihr noch im Tunnel? Der ist da oben Der ist da oben Alter, der ist da oben Das Problem ist einfach nur Der ist da oben Der erwischt uns Der hat natürlich Glück Nice Wen hab ich den jetzt umgebracht? Ah, Fick dich Jetzt ballert der auf den anderen Dieser verwichste Ameisenfehler, ey Nein, der erled noch Ja Lass mal ganz kurz Jagd auf den machen Du hast den auch erledigt Lass, lass mal bitte jetzt Jagd auf Ameisen 23 machen Heideltraut hat schon wieder Currywurst getötet Oh, ich bin gleich wieder down, weil die Kopf mich hier abballern Was sind die denn hier? Fuck Und wieso kann ich den nicht Das ist ja das Problem, dass du Killer on side bist direkt Oh, hier kommt Barrafahrer Wieso kann ich den nicht markieren eigentlich? Ich kann die 28 vordergebrauchen Alter Ameisen Guck mal hier, die gehen wandern hier Wo ist der? Es ist echt eine Last mit dem Typen Das ist echt eine Last Ich krieg echt schlechte Laune langsam Warum? Ist doch witzig Ach, zum sechsten Mal von dem Wichser getötet, Alter Und ich krieg den nicht Ich bring den jetzt um für dich mitunter Wieso krieg ich den nicht? Und wenn ich den markiere, der markiert den Scheiß Das klappt überhaupt nicht Das klappt überhaupt nicht Ich hab genau einen Blutfleck an meinem Arsch Das Problem ist, ich seh den immer nicht und der versteckt sich immer irgendwo hinten Boah, was für ein krasser Abgang Wie die kleine Schwuchtel, die er ist Entschuldigung, das war jetzt nicht auf die Schwulen zu Nein, ich hasse den nur Man darf ja auch mal jemanden hassen Das sind Emotionen pur hier Ich weiß gar nicht, wo der ist immer Ich seh den auch nicht, ich such ihn die ganze Zeit Ja, okay, er hat mich gefunden Oh, er hat ihn alle erwischt Ja, ja, ey, komm, das ist doch eine Pendel Und schon hab ich den Bull wieder am Arsch Wir müssen echt mal in den Hilli einsteigen und abhauen hier Der nimmt uns nicht mit Du hast ihn erledigt gerade Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem, hey Da steig ich gern Toll Toll Der mit dem Hilli soll uns mal abholen Ey, diese Online-Sessions sind so teuer vom Spielen her Ey, man verliert so viel Kohle einfach Ich will gar nicht wissen, wie viel auf meinem Bankkonto ist Ich hatte 57.000 vor Anfang Was macht ihr denn da Schönes? Kann doch nicht wahr sein Ja, Mann Ah, ich hab ihn leider nicht, ich hab ihn leider nicht erwischt, glaub ich Boah, Alter, ich fress mein Bart Ey, das gibt's nicht, das gibt's einfach nicht Und der zielt nicht auf den Alter, ich hab den verfield Fuck Der zielt einfach nicht auf den Das kann doch nicht sein Der muss Munition haben, langsam wird das nichts Kann jetzt nicht mit der Knarre da anfangen Wieso kann ich nicht auf den zielen? Also ins Auto-Aim nehmen, ne? Das kann ich auch nicht Ne, komisch war bei allen Ich kann den auch nicht ins Auto-Aim nehmen Ich kann bei allen Auto-Aim nehmen, nur bei ihm nicht Ja, das stimmt Kommen wir zu dem, äh, Mountainbike Der mit dem Hilly, der müsste uns gleich rausbringen Das ist aber super merkwürdig mit dem Auto-Aim, ganz ehrlich Ich find das super, super merkwürdig Ich find das super, super merkwürdig Ey, sollte man im Wald einfach downhill Hä? Wieso erschießt mich ein Bulle? Alter, wie krass Ich hatte keinen Stern Ich hatte keinen Stern Ich hatte keinen Stern der Bulle, Frau Ich brauch... Ach, nein, ich schlag mich natürlich wieder erschießt Boah Nein, das ist doch ein super Abschluss der Folge Es ist zum Kotzen, Alter Ey, ich hör gleich auf mit dem Let's Play Der Wichser nervt mich so ab Doch, ey, ganz ehrlich Der Wichser nervt mich einfach ab Wenn der neben mir sitzen würde, Alter Ich würd ihm so ins Gesicht treten grade Boah Spiele machen nicht aggro Ich hab ihn getötet an der Seite Das bringt doch nix Der ist doch gleich wieder da Wie so ein Pickel am Arsch Boah Bitte, ey, bitte jemand auf YouTube Schneide diese Rage-Szenen Jetzt lauft doch den Schall Ich wollte doch eigentlich nur ein bisschen Downhill fahren Ich hab schon meine ersten Wehen Ich hab schon meine ersten Wehen Alter Ameisen Ich hab ihn nur ein bisschen Ich hab die